Hallo und herzlich Willkommen bei einem neuen Video. Hallo zusammen, ich klatsche meine Hände. Warum eigentlich? Heute haben wir die Glossy Box, aber die Christmas Box. Das hoffen wir zumindest, dass es die ist. Hoffen wir noch, weil der ist noch zu. Wir haben noch nicht reingekommen. Das wäre ja jetzt der Gau, wenn es eine andere Box ist. Ich wusste aber nicht, was für eine ist. Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, was du noch eins gestellt hast. Ich glaube nicht. Nein, das ist die Glossy Box. Surprise me. Oh Mann, das ist voll schön. Sieht aus wie der Adventskalender in klein. Ja. Das ist voll schön. Kannst du den auch so aufklammen. Ja. Okay, aber muss man trotzdem anders machen. Voll schön ist die. Oh Mann, mir juckt die Nase. Oh nein, da musst du kratzen. Schaut mal von innen. Ich zeig euch das mal. Also von innen ist schon wie eine normale Box. Aber trotzdem voll schön. Zum Aufklammen. Ja. Aber voll schön. Ich guck schon rein. Nein, du guckst da noch nicht rein. Hallo, nicht spoilern hier. Ui, die ist voll. Die ist voll. Die ist voll. Dann fangen wir mal an. Willst du anfangen? Ja, ich mach einfach mal an. Was haben wir denn hier? Elixir. Botanik. Botanik, genau. Serum. Stärkendes Antipollution Serum. Was heißt das? Pollution. Pollution. Immer wieder. Immer wieder die... Von was ist das denn? Von welchem Hersteller? Achso, von welchem Hersteller? Yves Rocher. Yves Rocher. Kann man essen. Rocher. Mit sauerstoffspendenden Mikroalgen und Kapuzinerkresse aus der Britannien. Was ist der Britannien? Oh. Hallo. Mach ich das nächste. Rocher, Rocher. Was haben wir? Oh, Huda Beauty. Das ist eine teure Marke. Huda Beauty? Mud and Metal. Melted Shadows. Schaut mal, Huda Beauty. Muss ich mich denn so halten? Das ist ein 2er Stift. Rechts und links. So sieht es auch aus. So teuer ist der jetzt nicht. Ne? Wie teuer denn? 2 x 2 Milliliter, 26 Euro. Ist doch schon teuer. Da gibt es aber noch was Beueres drin. Aber das verratscht. Ja, teurer gibt immer. Ne? Aber... Huda Beauty ist sehr, sehr beliebt. Das sieht auch cool aus. Sieht richtig cool aus. Auch die Farben sehen interessant aus. Da bin ich echt gespannt drauf. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Wie geht denn das hier? Hier ist es. Ah, drehen, drehen, drehen. Genau. Uh, da hängt was dran. Schaut mal, hat da so ein Bürstchen? Ein Bürstchen. Ein Bürstchen. Zwei Bürstchen. Zwei Bürstchen. Ach so rechts und links, oder? Ja. Oder einfach so links oder andere? Ich seh mal jetzt. Ich denke nicht. Doch, ein kleines Bürstchen. So ein kleines Pinselchen. Ein großes, aber ein kleines Bürstchen. Oh, da bin ich gespannt drauf. Upsala. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das will ich auf jeden Fall austesten. So, Milk. Make-up. Milk. Make-up. Das war auch in der Preview zu sehen. Lip and Check. Cheek. Lippen. Lippen. Und Cheek. Achso, und Cheek. Wangen. Pack mal aus. Kann ich pack mal aus. Wangen rein. Zeig es mal. Aber das gab es auch schon in der Preview, wurde das schon gezeigt. Hast du schon gespoilert? Hab ich nicht gespoilert. Das haben die gespoilert. Ach, wieder mit so einem Deckel. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal. Wieder mit so einem Deckel schon drauf. Ich glaube, sowas hatten wir schon mal. Ja, so eine Art. Nee, ich mein genauso. Da war nämlich auch so ein Deckel drauf. Ja, oder war das sogar das gleiche? Ich weiß es nicht. Ich mein nicht. Dann mach ich das nächste. Das ist toll, ja. Hair, was? Das? Hair Ritual. By Sousley. Ja, Ritual, aber... Ah, das ist ein Shampoo. Ist von Ritual, ne? Nein, nicht von Ritual. 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 Wird's geschrieben. Nicht Ritual. Wie viel sind da drin? Äh... 50ml. Ach, 50ml. Okay. Hair & Sculpt Care. Re... 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 ich vermute mal irgendwas zum schminken ein Lippenstift vielleicht was zum schminken das ist also das ist sehr viel was habe ich gesagt ein Lippenstift ein Lippenstift hatte man schon mal hat man nicht genau den ich weiß nicht ganz oder eine andere ne es ist kein Lippenstift was bist du denn hatten wir glaube ich auch mal Highlighter ein Liquid Highlighter ein Liquid Highlighter Natural Flawless Liquid Highlighter der sieht cool aus so von der Verpackung her ich nehme jetzt was Großes von Dolpen kann ich mich gerade daran erinnern da habe ich damals das Dolpen hier von Lucky Hook hatten wir schon von Dolpen Algar Algar Skin Food Ampullen 5 Ampullen Ampullen mag ich gerne 5 x 2 Milliliter mit Zlossi 20 bekommt ihr übrigens 20 Prozent wenn ihr im Dolpen Onlineshop bestellt das was raus dann sind die Tüsen kaputt schaut mal wie schön das gemacht ist schön farblich da habt ihr auch so ein Öffner so ein Öffner dabei cool da bin ich gespannt drauf du bist schon beim letzten Produkt beim letzten ja ich glaube das ist Eude Parfum aus Frankreich ein Parfum sieht man nicht den doch jetzt in der Folie das ist von Kelling Parfums was? Kelling Parfums? Klein Klein Mon Amour Mon Amour Mon Amour das ist gerade sogar Französisch wir haben noch einen Gutschein also ich werde den nicht nutzen mach euch ab von Hair Ritual bei Sisley haben wir hier noch einen Gutschein erhalte dein gratis Hair Ritual bei Sisley Mini Trio für gesundes und strahlendes Haar zu deinem Einkauf ab 80 Euro gültig bis zum 31.01.2022 online mit dem Code GlossyHair21 habe ich euch jetzt verraten nichts weiter sagen denn ich bin hier mal eine schöne Flasche schöne Flasche wollen wir mal riefen? ja mach mal man soll ja immer so machen puh hier die Kranker macht das gut die macht das immer mit einem Tuch ist ok ich finde ihn angenehm ist ok also haut mich jetzt nicht von mir an aber ist ok ich habe ja mein Lieblingspuffin seit vielen vielen Jahren das ist ja mittlerweile wurde mir mal gesagt es ist doch schon voll alt es ist ja voll beeilter ich kann trotzdem sechs Produkte das war's das war's ja und was sagst du Grüße Me zu deiner Box ich finde es dann eigentlich ist sehr vielfältig muss ich sagen hat sich auf jeden Fall gelohnt finde ich ich meine das Parfüm ist jetzt nicht so wirklich meins ja gut aber der heißt kann man weiter verschenken ja ihr kommt aber gerade hier Ampullen geil Ampullen 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 ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen habt ihr auch die Box gehabt und wie fandet ihr die wie habt ihr euch gefallen achso und hierauf bin ich auch gespannt wo der Beauty auf die zwei Knüttelchen ja zwei Knüttelchen also das Knüttelchen war euch noch einen schönen zweiten Advent genau und dann besiegen wir uns die Tage wie immer wie immer bis dann tschüss 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 tschüss